Heißleiter, NTC-Widerstände oder NTC-Thermistoren sind Materialien bzw. Widerstände, deren elektrischer Widerstand einen negativen Temperaturkoeffizienten besitzt. Das bedeutet, dass sie bei hohen Temperaturen elektrischen Strom besser leiten als bei tiefen Temperaturen. Das Gegenteil von Heißleitern sind Kaltleiter bzw. PTC-Widerstände, die bei geringer Temperatur besser leiten und somit einen positiven Temperaturkoeffizienten aufweisen, beide gehören zur Gruppe der Thermistoren. Allgemeines Heißleitendes Verhalten zeigen reine Halbleitermaterialien, einige Verbindungshalbleiter und verschiedene metallische Legerungen. NTC-Widerstände aus Metalloxiden bestehen üblicherweise aus mit Bindemitteln versetzten, gepressten und gesinterten Metalloxiden von Mangan, Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer oder Titan. NTCs dienen als Temperatursensor oder als Einschaltstrombegrenzer. Um die typisch perlenförmigen Temperatursensor NTCs zu kontaktieren, kommen Drähte aus einer Platinlegierung oder aus Nickel-Eisen zum Einsatz. Sie verbinden sich beim Sintern der Perle mit dem NTC-Material. Andere Bauformen sind Scheiben, SMD-Chips oder zylindrische Formen, sie werden mittels metallisierter Oberflächen kontaktiert.